Ein Linearschallkopf mit einem muskuloskeletalen Untersuchungstyp wird eingesetzt, um eine Ultraschalluntersuchung der Sehne des Subskapulares durchzuführen. Der Patient befindet sich in sitzender Position mit der Handfläche nach oben gerichtet und auf dem Knie ruhend. Der Untersuchende steht vor dem Patienten. Der Schallkopf wird transversal über dem Kopf des Humerus platziert, wobei die Orientierungsmarkierung zur rechten Seite des Patienten weist. Der Musculus deltoideus ist als superficiell zu erkennende Struktur sichtbar. Die hellen, hyperächogenen, größeren und kleineren Tuberosite des Humerus umgeben die ovale Sehne des Bizeps. Der Arm wird anschließend nach außen gedreht, damit die Sehne des Subskapulares in Form eines Vogelschnabels ins Sichtfeld gelangt, da es in die kleinere Tuberositas hineinrückt. Die feinfaserige Sehne liegt zwischen dem superficiellen Musculus deltoideus und der intensiven, hellen, hyperächogenen Reflexion des Humerus auf der Unterseite. Die Sehne des Subskapulares sollte durch gleitendes Schallkopf vom proximalen Ansatz des Muskelsehnengelenks auf der kleinere Tuberositas zum Inferiorenteil geprüft werden. Der Untersuchende kann dem Arm des Patienten einen kleinen Widerstand während der Drehung nach innen entgegenbringen, um subtile Krankheitsmerkmale zu markieren. Der Schallkopf wird anschließend um 90 Grad im Uhrzeigersinn gedreht, um die Sehne des Subskapulares bei einer kurzen Achsenansicht zu prüfen. Beachten Sie die drei verschiedenen Sehnenbündel, die auf der transversalen Achse sichtbar sind. Der Musculus deltoideus ist als superficiell zu erkennende Struktur sichtbar. Die hellen, hyperächogenen, größeren und kleineren Tuberosite des Humerus umgeben die ovale Sehne des Bizeps. Der Subskapulares liegt unter dem Musculus deltoideus. Die Sehne des Subskapulares nähert sich dem hellen, hyperächogenen Prozessus coracoideus durch Drehung nach innen und nach außen und kann daher die Ursache eines coracohumeralen Impigments sein. Die Sehne des Subskapulares